Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr bzw. wo ihr eben Fortwild Nummer 37 finden könnt. Und zwar ist das Ganze in einem Bunker, also einem unterirdischen Bunker in Plesson Park zu finden. Denn alles was ihr jetzt machen müsst, ist einmal hier zu dem Haus gehen, das ihr im Gameplay seht und einmal in den Keller gehen. Und dort unten wird es dann eben Fortwild Nummer 37 geben. Erstmal kämpft euch durch dieses ganze Zeug am Boden einmal durch. Und wenn ihr dann hier unten drunter seid, dort gibt es dann wie so eine Küche und dort erscheint eben Fortwild Nummer 37. Aufheben und ihr seid fertig damit. Danke fürs Gucken Leute. Unterstützt mich doch mit einem Abo auf dem Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr eben keine Fortwild Videos mehr verpasst. Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Bis dann.